E-Flight Mustang P51D ist ein handlicher Schaumstoff-Warbird mit allen Extras. Ein Spektrum-Empfänger mit Kreiselsystem ist in der Bind & Fly-Version enthalten, nur der 3S-Lipo muss noch gesondert gekauft werden. Ein 015er Brushless-Motor setzt die vorbildgetreue 4-Blatt-Luftschraube in Bewegung. Auch Landeklappen und ein elektrisches Einziehfahrwerk sind bereits fertig eingebaut. Das Spornrad ist nicht einziehbar, aber gelenkt. Das macht schon das Rollen am Boden zum Vergnügen. Der Start macht deutlich, die Mustang hat Power satt. Also dann rein mit den Rädern und die Turnstunde kann beginnen. Durch das AS-3X-Stabilisierungssystem verlieren plötzliche Böen ihren Schrecken. Die P51 fliegt wie auf Schienen. Warbird-typische Tiefflüge lassen sich so ganz entspannt angehen. Auch klassischer Kunstflug ist eine Domäne der E-Flight-Mustern. Große Loops, schnelle oder langsame Rollen, alles macht sie mit Gravur. Auch im Rückenflug stabilisiert das AS-3X-System die Maschine dezent, aber wirkungsvoll. Nach 8 Minuten heißt es Landung vorbereiten. Fahrwerk raus, Klappen runter und der wilde Mustang wird auf einmal ganz zahm. Sauber kommt sie reingeschwebt. Ein problemloser kleiner Warbird, der rundum Spaß macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017